Okay, so. Ja, ähm... Hallo. Mein Falle nochmal. Decken? Ich hab eben schon mal versucht aufzunehmen. Aber Chapeau! Das wurde nicht aufgenommen. Das Einzige, was aufgenommen wurde. Heide 2. Aber das Gameplay nicht. Super, da? Ich weiß. Nein, aber wir spielen heute. Bei DVD. Ähm... Ich finde, das ist schön, dass das länger. Ich weiß wirklich, wie lange. Aber ich hab's auf jeden Fall immer, oder meistens mit Freunden gespielt. Und... Gestern... Abends um 19.20 Uhr ist das neue Update rausgekommen. Der neue Killer. Chapter... Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher das ist. Welches Kapitel. Aber... Ja... Ja... Da ist halt so... Der neue Killer... Ist das Schwein. Von, ähm... Einen der Saw-Filme. Und dann hier sieht das auch der... Detektiv Cap... Äh, Tap... Nicht Cap... Weißler. Ist dabei. Als Survivor. Und die Karte ist dieses... Keller. Ich hab das aber noch nicht drauf gespielt. Ich hab zwar gerade die Runde, die ich aufgenommen habe, gegen den... gegen das Schwein gespielt. Aber... Wie gesagt, wurde das halt nicht aufgenommen bis auf die Stimme. Was mich immer noch ärgert. Aber ich hab... Ich hab mich sehr erschrocken. Sehr, sehr erschrocken. Öfters. Ähm... Ja... Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt diese Runde aufnimmt. Dass es nicht lag ist. Ich hab keinen Bock mit meinem dritten Mal anzufangen. Was dann wahrscheinlich sowieso sein muss. Ich kenne mich ja... mit meinem PC. Und falls nicht... Yay! Ihr seht ihr dieses Video hier. Jo... Ich... Und ich spiele nicht auf Playstation. Ich spiele auf PC. Mit dem Playstation 3 Controller. Das Update. Soviel ich weiß, kam gestern schon früher für die Konsolen raus. Das heißt, es ist diesmal irgendwie anders herum gewesen. Erst für Playstation und Xbox und dann für PC. Hab ich kein Problem mit. Hoffentlich wie viele Konsolen spiele. Aber da bin ich nicht so aktiv drauf. Da hab ich ja was im Kanteil gespielt. Ja... Und es tut mir leid. Guck, hier steh ich ja wieder. Gegen Schweins. Das heißt, wir haben wieder den Schwein. Was? Also Ball. Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass sowieso die meisten Spiele diese Woche mit dem Schwein sein werden. Weil er neu ist. Blablabla. Da hab ich kein Problem mit. Also ich find die wenigstens geil. Oder ja. Und was ich eigentlich sagen wollte... Viele Kommentare bei mir auf Facebook posten. Auf einer Star Stable Seite. Oder Gruppe. Nein, nein. Es ist das selbe Gruppe. Von dem Star Stable Video, was ich gemacht hatte zum Weihnachts-Update. Und manche empfehle, ich höre mich sehr, sag ich mal, emotionslos an. Ähm. Ja. Es tut mir leid. Wirklich. Ich hatte halt das erste Mal nach ner Zeit wieder Videos gemacht. Vor allem mit Stimme jetzt. Und äh. Ja. Es ist halt einfach... Ich bin's nicht gewöhnt sagen wieso. Wenn man das erste Mal wieder nach... Monaten macht. Dann äh. Da vorne. Ähm. Da hat die Jagd jemanden. Dann ist das schon, ähm. Recht komisch, das mit mir zu machen. Vor allem, wenn genau das Wohnzimmer dem einem ist. Und man eigentlich nicht will, dass die Eltern anhören. Aber ja. Fuck. Shit. Letzte Runde war ich viel besser dran. Jetzt bin ich mal die erste. Super. Ich weiß nicht, wer sowieso... Wenn... Es dazu kommt. Mehrere Videos machen. Oder mehrere Runden, wenn ich jetzt hier... So schnell verreckt ist... Wieso hat sie mich aufgegeben? Muss ich nicht verstehen. Jedenfalls... Werde ich versuchen, so viele Runden wie möglich zu machen. Vielleicht auch mal eine Runde, wo ich nicht als erstes sterbe. So wie letztes Mal. Und dieses Mal. Denn das finde ich auch so übelst geil hier, ne? Muss ich das wickeln? Ich denke nicht. Ach, die bringe ich mich ins Basement. Ernsthaft? Ach ne, doch nicht. Ich finde das mit dieser Maske halt immer übelst... einfach geil. Diese Idee auch. Tickl. Oh Gott. Dieses Piepen, ne? Oh Gott. Lucky! Ähm. Sind alle angeschlagen. Das ist super. Ähm. Ja das letzte Video war ein bisschen spannender, weil ich das das erste Mal gemacht hatte. Aber der hat die Stimme nicht aufgenommen, weil OBS ein Update hatte. Und ähm. Und ähm. Das Video wurde halt auch nicht aufgenommen und so. Und ähm. Das war schlimm. War das schlimm. Aber ja. Jetzt ist es ja hoffentlich. Jetzt geht's ja hoffentlich mal, ne? Und da war's. yn fair. Ja. drüber machen weil das wäre der dumm weil es dann halt nicht von meiner sicht ist ich meine idee wäre es aber ich versuche noch irgendwann herauszufinden wie ich das dann machen kann und dann kommt er noch mal irgendwann an das platz oder sowas davon mit oktoberengel wer weiß hatten schon öfters geplant ist irgendwie aufzunehmen aber geworden ist daraus selten was wenn ich bei diesem video auch nicht so monoton anhören sollte dann entschuldige ich mich mit stimmen und das ist dann halt immer etwas komisch für mich ich versuche immer irgendwie irgendwas lustiges kann man sich nennen irgendwas was es nicht so monoton überkommen lässt 1v 1v aber er haben wir sehen wie es auszuschauen wenn dieses video wie gesagt nicht klappt wenn es geklappt hat ja es mir unklar dass ich wenn man die ganze zeit über das gleiche scheiß aber es ist einfach so angewungert mittlerweile wenn man so viele leuten redet und dann immer wieder was oder meistens über das gleiche thema dann ja losgehen dieser box naja hoffen wir mal dass ich hier grund wenigstens gewinne letzte runde hatte ich auch richtig guten lauf am anfang wenn er nur am ende als zweites verreckt es ist nicht total was das ist ein head campus das ist diese head wird ich höre nicht gleich ich hoffe sind nicht dass ein singen höre und dann bin ich hin ich bin froh dass sie bei dem wenigstens so gemacht hat dass es nicht so ein one-shot ding ist wie beim billi oder so das wäre schon wieder so frustrierend für mich das heißt für mich viele denke ich mal träumen für die 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 gerade angefangen haben zu spielen falls ihr wer mit der leute spielen solltet und was hätte mir irgendwann mal zu spielen über teamspeak oder sowas oder discord dann verlinke ich euch meinen sieben vier beschreibung denn mit dem senden können nur wenn ihr wollt ich zwinge euch nicht aber ja ernsthaft ihr seid fucking ernst da hinten ist noch ein generator den wir machen können gut 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 ich werde aber auch gerne das totem hier kommen hier ist auch noch ein gen gut zu wissen was macht ihr da leute bitte das ist doch nicht euer ernst genau mach's ab das ist das ist scheiße ja gut ja gut die hätte ich ausweisen sollen Komm nicht hierher gerannt, bitte. Das schleicht aber nicht, ne? Scheint mir zumindest nicht so. Naja. Oh. Oh nee, der wird gleich gekillt, ne? Oh, der arme Dude, alter. Ich hoffe, der kriegt's rechtzeitig ab. Nein. Ich hoffe, du bekommst auch irgendwie. Scheiße. Komm, wir helfen dem Typen mal. Stehen wir hier. Komm, du schaffst das, du schaffst das. Ja! Ja! Komm, du schaffst das. Ja. Und dann komm's dich wieder. Komm's bei mir. Komm's bei dir. Komm's bei mir. Komm's bei mir. Komm's bei mir. Das seh ich mein Leben vorbeirieseln. Shit! Close, close! Oh ne, das ist, warte mal, uups! My bad! Oh ne, ey! Sag mir nicht, wir werden jetzt ja am Ende nur alle gekillt. Und ich bin die einzige, die am Haken hängt. Und gerade am sterben. Naja, die anderen sind da verbluten. Amazon. Hallo, anstatt ihn zu heilen, häng mich doch ab! Danke! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne, du! I'm really sorry! Mag zwar nicht so rüberkommen, aber ja. Oh ne! Oh ne! Oh ne! Und wir müssen direkt, also último schmray mugenody. Oh ne, ich danke dir! Oh ne, ohne. Oh ne! Oh, sorry, ich war hier gerade echt das konzentriert, das irgendwas zu stellen. Ich bin es gewöhnt zu spielen und leiser zu sein, aber es ist... Ich bin es schon mal. Ich weiß es nicht. Ich bin es schon mal. Ich bin es schon mal. Ich bin es schon mal. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, da bin ich doch wieder gestorben am Ende. Das ist echt schon nicht mehr schön. Aber ja, das war's dann. Jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr alles noch eine prosesive Bewertung habt. Ich würde mich freuen. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mal so was sehen wollt. Ich werde gerne öfter so was machen. Ciao, ciao.